Das Testergebnis ist unerwartet. Geht's dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin, Down-Syndrom. Das heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei ihm. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Entscheidung Die Entscheidung